Nachdem ich mir jetzt selber schon das Stichwort Reflexion gegeben habe, finde ich das auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass ja diese, also wir reden ja ganz oft von Reflexion, dass man als Führungsgraft in einem Team, in einer Gruppe und eigentlich auch als individuelle Mitarbeitende in diversen Projekten muss man so eine Schleife drin haben. Wir reden immer über ein Tagebuch oder ein Shutdown Journal oder Dankbarkeitsbücher oder ähnliches, wo man zumindest so eine Schleife der Entwicklung für sich selber drin hat. Also dann analysiere ich zumindest für mich, wie ging es mir heute, wie war der Tag, was plane ich vielleicht, wo und Schwierigkeiten etc. etc. Das kennen wir, haben wir ja schon oft darüber gesprochen. Aber was wieder in bestimmten Positionen, wie wir es ja jetzt in der Folge auch schon ein paar Mal erwähnt haben, gerade bei Führungskräften ist das etwas, das in einem guten Gruppensetting einfach nie vorkommt, sondern man hat eben maximal, wie du sie schon beschrieben hast, du hast maximal nach oben eine Mentoring-Möglichkeit, die auch nicht immer gegeben ist und dort ist auch die Frage, ob man mit einem Mentoring-Ebene tatsächlich ins Reflektieren kommt. Das ist ja mehr so ein Anleiten und ein Unterstützen bei Problemen, aber das Reflektieren ist ja doch etwas auf sich selbst bezogenes, aber dennoch auf den Entwicklungsprozess, den man selber durchgeht. Und so ist es in der Gruppe wieder eine ganz andere Geschichte, weil wieder aus eigener Erfahrung, wenn ich an mein Lernstudium zurückdenke, da waren es auch Gruppenreflexionen im Endeffekt. Also dann gab es Kleingruppen mit zwei oder drei anderen Studierenden zum Beispiel, einer quasi Person, die das anleitet. Und dann hat man gemeinsam, weil man dann vielleicht sowieso in der gleichen Klasse auch noch war, hat man gemeinsam über Dinge gesprochen auf dieser Reflexionsebene. Dann gab es halt vielleicht Leitfragen, die Probleme oder Herausforderungen oder Lösungen halt herausheben, aber das haben wir trotzdem gemeinsam gemacht. Und das war eine ganz andere Geschichte, neben dem individuellen Reflektieren das in die Gruppe zu bringen. Das war eine ganz andere Geschichte, neben dem individuellen Reflektieren das in die Gruppe zu bringen.